Mama, wie wolle ich mir die Medischotten geben? Kannst du mir ein bisschen Geld geben? Wie viel brauchst du da? Ich brauch schon so ungefähr 100 Euro, weil ich brauch schon einiges. Ja? Ja, Jacke und Hose. Das ist aber alles abgedeckt, gell? Ja, okay. Okay, also dann. Ich pass's. Oh Mama, ich will auch shoppen gehen. Oh Milei, Mausi, du bist noch viel zu jung, du bist erst 8 Jahre alt. Du kannst noch nicht alleine und du kannst auch kein Geld kriegen mit deinen 8 Jahren zum Shoppen. Aber meine Schwester dürfte auch shoppen gehen. Oh, die Jüngeren immer. Weißt du was? Eda, kommst du mal bitte? Ja? Weißt du was? Nimm bitte die Milei mit zum Shoppen, die will jetzt auch Geld. Mama, aber die gehen mit den Mädels raus. Und außerdem ist das Geld für Mischki da. Eda, das soll ich mit deiner Schwester teilen. Du kannst ihr schon ein paar Teile kaufen. Aber das ist für Mischki, Mischki. Oh komm jetzt, paar Teile geht, okay? Dann zieh dich an. Tschüssi, krieg ich auch Schokolade? Du weißt erst wochen, ja. Aber ich geb ja auch immer Gummibärchen. Das ist nicht mei. Boah, aber ich hab ja auch. Da ist ja Infernen drin. Mama! Ich will auch Schokolade. Was ist denn bei euch schon wieder los? Ey, gib mir keine Schokolade. Ja, du hast erst wochen zwei Stück gegessen. Das ist jetzt meins. Edda, du bist älter. Du bist 15. Du bist doch mit deiner kleinen Schwester teilen. Die ist erst Jahre alt. Also bitte teilst du mit ihr einen. Einen, Edda, bitte. Mit 15 Jahren macht man sowas nicht. Und das ist das letzte für dich heute, okay? Yay! Hihi! Schokolade! Mille, gib mir auch einen. Mille, gib mir auch einen. M-m-m. Gib mir einen. Ich hab dir auch einen. M-m-m. Da hast du auch keine gegeben. Ja, eins. Gib mir halt einen. M-m-m. Bitte. Was ist denn mit euch schon wieder los hier? Mama, wie gib mir jetzt eine Schokolade? Edda, du hast doch vorher erst eine gegessen. Ja, ich will aber jetzt noch eine essen. Edda, du bist 15. Du kannst doch nicht mit deiner 8-jährigen Schwester hier streiten. Lass sie doch essen. Die hat doch eh bald die Nase voll, dann kannst du alles haben. Okay? Okay. Mama, wer hilft dir bei den Hausaufgaben? Du kommst schon wieder nicht weiter. Ja. Wie heißt das da hier? Weiß was? Edda, hilfst du deine Schwester bei Hausaufgaben machen, bitte? Ja, ich hab selber so gute Hausaufgaben. Du kannst das alles schon. Ach komm, du bist jetzt auch viel älter. Ich würde sagen, grüße jetzt deine Schwester, okay? Okay. Was heißt das hier? Das musst du dann mit dem verkoppeln oder das da dann mit dem. Mama? Ja? Kannst du mal bitte? Mama, ich komme den Hausaufgaben nicht klar. Kannst du mir helfen? Ist das dein Ernst, Edda? Ja. Mit 15 Jahren? Ja, also wenn ich mich... Ich bin doch schon längst aus dem Stoff raus. Und hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ja, vielleicht schaust du sie mal an. Vielleicht verstehst du es ja wohl. Soll ich dir noch deine Hausaufgaben machen oder was? Weißt du was? Ich ruf eine Freundin an und klär's mit ihr. Kaffee, danke Mama. Äh, hallo, stopp. Ja? Kannst du mal bitte deinen Teller aufräumen? Okay. Mit 15? Gut fertig. Kannst du auch aufstehen. Ja, und sie? Warum räumt sie den Teller nicht auf? Also, Edda bitte, sie ist erst 8 Jahre. Ja, die kann das in die Hand nehmen und wir gucken. Ja, die lernt's auch irgendwann mal. Wenn sie in deinem Alter ist, räumt sie gewiss auch ihren Tellerbett auf. Okay? Ja, ich will mit den Mädels ein bisschen Bowling spielen. Ja? Soll ich da ungefähr da sein? Ich würde sagen, um 10 Uhr bist du zu Hause. 10 Uhr 30 Uhr. Nee, 10 Uhr ist okay. Wenn du schon alleine rein darfst, äh, raus darfst, dann bist du auch um 10 Uhr zu Hause. Ja. Also, wir sehen uns dann. Mama, Mama, ich fühl auf. Ich fühl den großen Fiebers da hinten. Ganz dahinten? Alleine? Ja. Ich will achten. Nee, Maus. Das geht dann. Nein, 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 nein. Bei dir dauert's noch ein bisschen. Nein, nein, nein. Dann darfst du alleine. Nein, wenn, dann gehen wir zwei zusammen nach. Ich begleite dich dann, okay, Mausilein? Mom? Mami? Ja? Ähm, weißt du was, es haben so viele jetzt ein Handy. Ich will eigentlich jetzt auch endlich ein Handy haben. Was willst du schon wieder? Ich will ab zu Mama. Ja. Also, du willst ein Handy haben. Ja. Also, mit 15 glaube ich schon, dass es jetzt endlich soweit ist. Ja, ich denke auch jetzt, dass wir dir langsam mal ein Handy kaufen können, ja? Ja. Ich glaube, du darfst auch aussuchen, was du willst. Du hast auch lang genug gewartet. Ich will auch ein Handy. Ich will auch ein Handy. Du bist acht Jahre alt erst. Alle meine Klasskameraden haben ein Handy. Außer ich. Eda. 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 Also, ich denke glaube ich schon, dass es fair wäre, wenn Mila auch ein Handy bekommt. Hä? Ich mit 15 und sie mit 8? Nein. Nein. Das wäre sonst nicht fair. Ja, aber es ist nicht fair. Wir machen es einfach so. Sie kriegt ein nicht so hochwertiges wie du und sie darf haben. Okay? Also, ich sehe das eigentlich nicht ein. Ich habe so lange warten müssen. Dann kriegst du auch keins. Soll. Überleg es dir gut. Okay? Wenn dann beide. Hallo. So was macht man nicht. So was macht man nicht.